dann lesen aufheben inventar verwenden das Buch auch nochmal ablegen essen trinken das Vitamin C ich frage mich, wie das dann auf den anderen Spielstand sich auswirkt Vitamin C das ist bestimmt sehr interessant dann Rundefutter gibt es noch eine extra Schwierigkeitsstufe noch obendrauf Vitamin C hier haben wir schon mal einiges das hier auch nochmal 1, 2 4, fast 5 Kilo weg crazy ja, mit dem Buch auch nochmal weg 5 Kilo dann ab so, das heißt wir werden jetzt hier schauen, wo wir jetzt hier mein ganz Kram ist jetzt weg so ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal hier in den Tunnel runter gucken, wie es dann weiter aussieht ok Förderraum entdeckt neuer Ort stock da geht es weiter runter aber erst mal schauen was hier so ist nix hier ist so ein Zeug first aid kit so das nun nehme ich mal mit vielleicht finden wir noch irgendwann einen Haken dass wir daraus nochmal wieder neues Nähzeug sozusagen bauen können äh nehme ich mal mit zum zerlegen für Leder für die Schuhe dann gucken wir uns mal hier nochmal ein bisschen um hier ist nichts müssen wir die Nacht mal ordentlich uns ein bisschen kaputt machen Stein ist nichts hier gemacht runter ok hier ist noch ein Buch Baumwollmütze ok Lederstoff ist nichts drei Schülze Wollschal ja sonst ist hier nix hier raus Konzentrator verlassen kann man das da verlassen ja dann wie kam jetzt hier raus ne nein kam nicht hier raus wie kam da raus geht's denn hier lang wo wir auf die andere Seite nochmal runter gehen oh ok hier ist auch nochmal Kram hier ist der Konzentrator ok hier erstmal gucken was das Ende so bietet ja nix toll ähm müssen müssen okay da ist ein Tisch kann man es ordentlich mal einverleiben ein Tisch hier für die Tische ein Hammer ok ein Kanister für den Filter hier ist nichts 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 auch hier gucken ich habe was übersehen habe nein für sich hier noch was und die Kisten nur hier ist ein armer Tropf ein bisschen brause was ist die denn war kalt ich nicht das war echt viele Spinnen nichts außer Sprühfarbe oh ok hier ist es aber echt riesig gute Güte warte erstmal gucken nee scheinbar komme ich nur von hier unten nach oben nicht wahr ich gucke mal was hier noch ist ich finde hier noch was cooles nee ist ja nicht nö 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 hier sind eine Seenotfackel so also hier war nochmal das Ding genau jetzt geht es hier hoch oh hier ist aber echt verdammt riesig gute Güte wie bei Fallout 4 diese Corveta Corteva das erste Ding was du dann von den Raidern befreist was relativ nah am Anfang ist ist eine Schnur hier geht's ganz nach oben oder was wie groß ist das denn bitte ich würde mir doch alle fäbeln das ist einfach viel zu groß hallo das ist doch absurd wie groß das ist gewehrpatrone ok hinterland warum ist das so groß geworden die map allein das hier ist ja absurd wie groß das ist erklärt euch das ist einfach boah richtig groß gewehrhülse ok das ist noch ein paar waffen am start hier oben irgendwo gut verrenkt nein war verrückt das Metallstück lasse ich mal hier und nach dem Tag wo es weiter Richtung da geht Bergbank ich glaube Inventar ich werde mal den Hammer hier lassen der Hammer das hier ablegen noch eins ablegen ist ja der Hammer ach das ist ein Feuer ne ja erst mal wenn ich schon mal hier oben bin werde ich nochmal dann gleich ganz nach oben gehen hier muss drücken ne irgendwann vielleicht sorry technisch wir konzentrate verlassen ok soll die Frage so Energie relativ gute ausbeute aber jetzt mal müssen noch waffen rumliegen nächstes ist eine revolver wieder hülse die hier sind ja ja so ist nichts hier rein schauen was hier steckt aufstehen cool cool wohlhemd fit ein hockey trikot ein warmer pullover für tag auf dem eis oder sonst kaltes northern ice schusswaffe uuuh 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 schluck auf cool bankautomat ok was haben wir denn hier uuuh was haben wir denn hier atemschutzmaske anlegen um dich vor giftigen gasen und anderen umweltgefahren zu schützen benötigen ist doch richtig zu funktionieren fett 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 cool das sind die kanister die besagt und lampenöl ein richtiges messer cool da wird das andere messer auch nochmal dann unten liegen lassen dann bei dem feuer nein 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 ehrlich hier wir sind revolver patronen eine dose kaffee sehr gut ein safe cool verband cool kampfstiffel cool wollen wir uns hier dran machen den safe machen wir uns mal hier in die schubladen und werden das ding nochmal ausmachen die na die lampe so erstmal den safe come on so so ehrlich gebrauchte inuit stiefel ich wollte mich doch alle verarschen das geht so gut hier war ich schon gute sache wasserflasche ich weiß ich war hier war scheinbar aufenthaltsraum die waren wir schon mit dem safe das ist ein aufenthaltsraum scheinbar durchsuchen rosen schinken sich auch zum ersten mal fertig gekocht und zum verzehr bereit der geschmack ist gewöhnungsbedürftig aber ist sicher und tragbar auch zum ersten mal cool salzcracker verflocken auch gutes essen speichertes wasser aber auch cool ich glaube ich würde es erst mal den ganzen kram hier alles ablegen das ist mir einfach viel zu schwer oder den ganzen kram nehme ich gleich mit runter wird ihr noch mal runter laufen gleich ich werde jetzt hier oben nicht bleiben und runter zum gesehen dass ein lagerfeuer ne wo ist noch was dosen mais süß konservierte mais aus der dose hochgenuss im winter medizinisches zeug altholz mein ich noch mal kurz fünf umlagern das brauche ich nicht ja wir werden jetzt untergehen würde ich behaupten winter äh wo haben wir dich denn lampe da aktion auffüllen auch schon mal ein bisschen was weg wir gehen jetzt wieder runter zum lagerfeuer und werden da die nacht unten verbringen zum lagerfeuer und werden dann wieder in ja ist der exit du du komm 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 komm